Er möchte nicht durch K.O. verlieren. Und da kam die Ersten. Er versucht sofort seinen Gegner zu... Postel ist noch auf der Hut. ...ein Pönscher als Amateur. Als Profi muss er das in seinem Debüt heute erst noch beweisen. Ich hab sehr schön mit der rechten... Meiden ist besser... ...und er wackelt. Postel wackelt direkt nach einer Rechtsdienstkombination. Die Deckung wieder hochgerissen. Und da die erste Linke zur Leber. Angefeuert vom Trainer Wurf. Und Postel weiß, was da passiert. Er schießt sich so langsam einschießt. Und Postel hat schon schwere Kopfstecker drauf einstecken müssen. Leicht gezeichnet und nichts von Gottskrami. Schön. Drei-, viermal die Rechte gerade gestochen kam sie. An der Postel konnte er unerwackelt. Nichts. An der Postel muss Postel einstecken. Und die Rechte jetzt. Weiter jetzt. Und die... ...sich eingeschossen. Und wieder kommt die... Postel aber ohne Wirkung. Postel versucht zu fighten. Das sollte er besser... Er wackelt. Er wackelt. Postel wackelt. Und nochmal. Die Linke kommt geschossen. Und nochmal. Er nimmt alles Postel. Er ist tapfer. Aber Siegihahn könnte ihn anzählen, könnte sogar abbrechen. Die Konter von Postel. Jetzt die Linke zur Leber. Rechte zum Kopf. Und die Linke. Schwere Körpertreffer. Ohne Linke. Und die Linke muss zählen. Graziano Prodicciani. Bravo.